Und damit Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battle Royale Fortnite mit ein paar Randoms, wobei der eine, Teufelskreis 2018, ist deutsch. Ja, eine Battle Royale Folge. Ne, ne, Tilted House gehe ich nicht, Leute. Dann gehe ich Lonely. Viel Spaß beim Sterben. Ich werde gewinnen. Also nicht gewinnen, aber überleben. Ihr werdet sterben. Ihr werdet elendlich krepieren. Vertraut mir. Danke. Okay, Leute, dann wird es hier ein Solo vs. What? Oh, ich weiß nicht, werdet ihr als erstes sterben, vermutlich. Aber ich lache euch aus, wenn ich nicht als erstes sterbe, okay? So, Freunde, wir gehen mal wieder in unser berühmtes Lonely Lodge. Ich schätze mal, dass wir alleine sind. Eventuell, weil das andere Team hier, was gerade bei mir war, ich denke mal nicht, dass die Lonely Lodge gehen, weil die haben, ähm, Battle Pass Aufgaben hier bei dem Geheimquartier und ich vermute. So, oben ist schon mal eine Truhe, die werde ich auch gleich nochmal absacken. Sehr gut, dann kann ich mich schon mal verkrümeln. Ist hier drin auch noch eine? Jackpot. Jackpot. So. Ja, wunderbar. Ich würde mal sagen, wir sind wirklich alleine hier, ne? Was habe ich gesagt, Teufelskreis? Was habe ich gesagt? Oh, der wird wahrscheinlich disconnecten, nehme ich an. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Schilder. Ich brauche nämlich eigentlich noch eine Shotgun. Die ist am wichtigsten. Ich glaube, pro Baum gibt es immer 5 Pilze für 25 Schild. Das ist eigentlich ganz nice. Ich habe nämlich noch keine Minischilder gefunden. Uh, Shotgun, sehr gut. Also Leute, die Hintergrundgeräusche, äh, nicht wundern, das sind Kollegen von mir, die sind hier mit im Zimmer. Die spielen gerade Hotz. Hotz, die Hotz? Ja, total. Total. Permanent. Also es ist anscheinend nur einer gestorben. Das ist gar nicht so schlecht. Und das ist, was ich mega geil finde, ist eigentlich, dass ich hier gerade Lonely alleine bin. Weil damit bin ich mit meiner Vermutung recht. Damit bin ich mit meiner Vermutung recht. Beste Deutsch? Ey, aber das ist mein erstes Spiel, was ich jetzt so Solo-Squad aufnehme, glaube ich. Und da waren nur 4 Pilze. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Haben wir im Haus welche? Ja, da hüpft einer rum. Haha, ich habe ihn gehittet. Okay. What? Hallo? Hallo? Hallo von... Och, nö. Ja, komm, gib ihm. Okay, ähm, ihr seid schuld. Dichte ich. Ach, schön. Also, Leute, ich weiß nicht, das war so mein Warm-Up. Ich weiß gar nicht, warum ich da gelandet bin. Was wollte ich eigentlich machen? Ah, so, scheiße. Ja, unter den Team-Matches, unter den letzten 12. Ja, moin. Das hat leider nicht so ganz geklappt. Kannst du mir gleich in Massen Blacksgas herstellen? Brauche die unbedingt. Ähm, vielleicht. Müssen wir mal gleich schreiben, so. Vielleicht. Bro. Yashi, kanalke 123 und DSHX, ja. Einer von auf Deutsch. Schönen guten Tag. Oh, mein Sprachchat geht schon wieder nicht. Was ist das denn? Hab keine Lust mehr auf die Waffe. Lasst mich. Okay. Och, meine Tastung, das ist so scheiße. Manchmal geht Sprachchat, manchmal nicht. Egal. Nicht so schlimm. Na, gehen wir Lonely? Och, komm, was wollte denn beim Dusty, Mensch? Wir müssen überleben. Überleben. Ich glaube, ich muss noch zwei Träume bei Whisky Wheels durchsuchen. Ne, muss ich gar nicht mehr. Da bin ich... Och, was wollt ihr denn das, die Mann? Ja, gut von mir aus. Was soll man machen? Man ist ja eigentlich gebunden. Gruppenzwang und so, ne? Ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Oh, ich könnte auch auf dem Berg landen. Vielleicht sollte ich das machen. Aber ich sehe hier keine Truhe. Also lohnt es sich nicht. Nein, hier ist echt nichts. Boah, keine Truhe auf dem Berg. Das ist ja... Kenn ich auch nicht. So, wir haben die Glück. Wir haben die Glück. Da ist Truhe. Ja, bin ich erst landet? Bin ich erst landet. Ja, guten Tag. Hier ist der Vene. Oh, Truhe. Ja, das ist meine. Ich will ja... Oh, sehr schön genau. Die wollte ich haben. Soll ich dir helfen? Ach, Konjalker Mensch. Das hättest du doch wissen müssen, dass die Truhe hier oben ist. Was ist da? Ist da wer? Ich will ja mal. Jupp, okay. Uh, das ist gut. Die macht mir aber auch Schaden, ne? Ditt, 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 ditt. Zerkes. Ditt, 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 ditt. Was hat der denn jetzt gemacht? Nehmen wir die doch, oder? Ich sehe da niemanden, der gestorben ist. Hä, was hat der denn da gemacht? What do you doing? Mensch, du. Ich würde sagen, dass die gehört uns. Hätte ich ja nicht gedacht. Gut. Die Waffenkammer wurde natürlich geplündert. Haben wir echt alles getötet hier? Okay, hier war auch schon jemand. Ach, das war ich, glaube ich. Yo. Wir waren überall. Bis auf. Ich muss mir mal mehr dran denken, hier meine Tasten zu benutzen. Was? Nein, Mann. Eigentlich ist das so der Bullshit, weil Lonely ist in dem Kreis und Lonely ist meine Baba. Lonely ist meine Baba-Heimat, ja? Hm. Irgendwann machen sie hier einen See rein. Wait for me, my friends. Psssss. Hm, eigentlich könnte ich die ja pushen, ne? Ja, das ist mir nicht mehr. Felix, Felix. Ja, ja. Ja, übertreib doch nicht. Ich wollte gerade sagen... Ah, ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Ein Need ammo. Oh, den sehe ich da auch noch. Nein, er hat mich gesehen. Ach so, ja genau, er macht das Snowscope hier. Ihr fucking Noobs. Und das war wieder bestimmt nicht unter Platz 12, nehme ich an. Nein, war es nicht. Mann. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich muss nur ein, dreimal. Ja, dreimal. Ich muss doch nur dreimal, Mensch. Unter Team 12 kommen hier. Okay, Freunde. Neuigste Chance. Neues Glück. Twitch Waske. Mein Sprachchat funktioniert schon wieder nicht. Ja, hallo, hallo. Oh Mann, warum funktioniert mein Sprachchat nicht? Bleh. Push-and-Talk aus. Oh. Hallo? Test. Wieso funktioniert mein Sprachchat nicht? Bleh. Eigentlich hatte ich den ja deswegen extra angemacht, damit ich die Tasse drücken muss. Hallo? Test, 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 test deine Mutter. Okay. Retail. Gute Entscheidung. Oh, meine Nippel werden richtig hart. Ah. Close your eyes. Give me your heart. Corbin. Ich kann den Text nicht auswendig. Ich fliege zu Retail Row. Lalalala. Lala. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er es gehört? Hä, der kann das noch nicht hören. Eigentlich. Ah, sie kommen ja. Oh, ich weiß in welches Haus ich gehe. In das Schwarze. Nein, Spaß in das da. Nein, jetzt doch nicht mehr. Es gehenGG! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Der Wehne dreht durch mit RPG. Ähm, okay. Was hat das gemacht? Was? Was ist passiert? Was? 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 Das ist ein Blatt. Wuhuuu! Und er hält. Nein! Was ist das, Mann? Ich hab das noch. Fucking noobs! Oh, Mann. Ich wollte eigentlich Popcorn essen. Oh, nee, ey. Das ist... Oh, nee. Ich will nicht mehr. Oh, ja. Das ist gut. Keine Ahnung, wo ich das alles herkriege, aber okay. Platz so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 2000. 2000? Geht doch gar nicht. Hallo? Ey, mein scheiß Spachchat. Leute. Ich schwöre, ich... Dieses Game... Nein! So, Leute, für die die Fragen immer, ob noch Fortnite kommt. Nein, Leute. Natürlich kommt Fortnite. Ich hab neufall gerade, wo wir keine Lust haben. Yeah! Nein! Hm, passiert, funktioniert nicht. Ich schwöre, ich fliege jetzt nach Lonely Lodge. Da wird kein Schwein sein. Und dann verzwiebel ich mich einfach die ganze Runde. Ohne Witz. I go Lonely Lodge. 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 Nein. Dass die ARC-Folgen ziemlich lange gehen. Denn... Man muss so verstehen, das ist ja ein Server. Und... Da spiele ich ja nicht immer drauf. Und... Ich brauche unbedingt irgendwie Deck und Musik bei Battle Royale. Ey, das ist ja voll langweilig, wenn ich die ganze Zeit sterbe und nix mache. Die werden sterben. Die werden vorher sterben, bevor ich noch gelandet bin. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, bevor ich gelandet bin, werden die sterben? Na, ich sag mal, wenigstens Knockout. Also einer Knockout. Ja? Ach, die fliegen noch. Naja, das ist aber fies. Ich bin ja schon gleich gelandet. Jetzt sind sie gelandet erst. Nee, die fliegen immer noch. Jesus Maria. Und ich lande zu früh, merke ich gerade. So ein Shit. Ist jemand mir nachgeflogen? Ich denk mal nicht. Ich meine, in 20 Sekunden zeigt sich ja schon, wo der Kreis landet. Ey, was ist das? Auf dem Turm ist eine Truhe, zwei Truhen. Da gehe ich nachher auf jeden Fall nochmal rauf. Hier ist keine Truhe. Eventuell schon mal eine Waffe? Ja, wenigstens mal eine Waffe schonmal. Was? Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Was? Wenigstens da eine Truhe? Auch nicht? Alter, was ist das denn bitte hier für ein Loot heute? Shit, die Gonzales. Oh mein Gott. Auch nicht? Jesus. Wo sind denn die Truhen? Hallo? Okay, also... Alter, also Lonely ist heute für'n Arsch. Ich bin jetzt schon an sechs Truhenplätzen vorbei. Na, wenigstens durchgang. Oh Mann, oh Mann. Ja, guck mal. Läuft doch. Ansonsten hätte ich hier auf jeden Fall noch die Pilze gehabt. Die hätte ich... Ach shit. Die hätte ich vielleicht erstmal benutzen sollen. Guck mal, da sind Pilze. Oben sind Pilze. Überall Pilze. Die hätte ich alle verwenden können. Jaja. Leute, ich glaube, diese Runde wird fett. Na. So, dann gehen wir noch um den Truhen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Na, immerhin die hier. Dieses Bett oben auf dem Turm ist einfach nur so unnötig. Ohne Witz. Das ist so unnötig. Wuuu. 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 Ja, jetzt können wir loslegen. Ich würde sagen Retail Row schaffen wir noch. Eine Minute, dann geht der Kreis schon los. Ne, dann würde ich tatsächlich doch schon... Doch, Retail Row sollten wir noch ein bisschen durchlooten können. Und da ist ja auch keiner gelandet, schätze ich mal. Weil ich meine, war ja auch sehr weit weg, ne? Also wenn ich jetzt hier gleich jemanden treffe, dann weiß ich nicht. Dann eigentlich, glaube ich, zumindest kein Team. Also dann wirklich Einzelleute. Oh, die haben überlebt da. Das ist schon mal nice. Eigentlich wollte ich ja hier noch Trailerpark einmal durchschauen, ne? Ich kann ja einmal durchrennen. Theo praktisch. Ich habe ja drei Minuten Zeit. Ach, schade. Ich hätte noch da oben, da sind bestimmt Drohnen, aber habe ich jetzt leider keine Zeit für, wenn ich nochmal Retail will. Jesus Maria, was ist das denn hier? Mann, 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 Mann. Also ich glaube, Retail wird keiner gewesen sein. Das wäre ja, das wäre echt heftig, wenn Retail jetzt jemand gewesen ist. Meine war ja auch mega weit. Hier ist der Bus so lang geflogen. Ja, also wäre richtig krass. Oh, da ist tatsächlich jemand. Das glaube ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, was soll ich machen? Das sind die echt jetzt Retail noch gewesen. Wow. Krasser Scheiß, ich, ne? Ne, sind wir wenigstens unter Platz, äh, elf? Platz elf? Zwölf? Ey, das, ne. Das, boah, was soll ich da machen? Was soll ich denn da machen? Was? Was soll ich da machen? Ich spiele jetzt fünfte Mal schon Team, glaube ich bestimmt. Das ist ja Wahnsinn. Mein Sprachchat geht nicht. Ah, sie kommen, ja. Ja, du kannst Betrüger mit V-Box verhindern. Trailer, dein Passwort nicht mitreten. Ah, Mann, no. Oh, ich habe immer noch keinen Sprachchat. Geil, Fortnite mag ich mich heute nicht. Oh, ja, genau. Mach nicht diesen. So, Lonely Lodge. Pleasant Park. Lonely Lodge, Pleasant Park. Wo wollt ihr hin? Gut. Hier geht Retail. Ich gehe Lonely. Ja, die geht einfach in den Moos. Schwimmen. Wow. Freunde der Sonne. Ich schaffe es nicht mehr auf dem Turm, weil ich jetzt gerade meinen Fallschirm zu spät gezündet habe. Aber wir können gucken, ob sich Turm überhaupt lohnt. Dann würden wir mit dich landen. Ich vermute mal... Nein. Nein, lohnt sich nicht. Ja. Mitte lohnt sich aber. Uh, heavy. Heavy. Heavy, gute diese. Ja, ja, ja. Durchgang ist nix. 245, 204 Kurs noch. Solange ich immer 100k gehalten habe, hat sie 10, 18. Auch keine Truhe. Superfällig, immer über 100k. Nein. Ah ja. Und sie war das jetzt. Ich brauche noch ein 2-Level. Hä? Hm, ich kriege. Einen, ich bin packen natürlich. Ja? Ja. Er bietet gut auf das Schiff. Ah. Er legt da noch runter, oder? Das heißt, es ist nicht besucht. Ne, oder er legt noch runter. Er wird immer gutes Internet. Er ist ja fährst. Ja. 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 Gott, wie jämmerlich ist diese Scheiße hier heute. Mensch, mal wieder. Ey, schon wieder kein richtiger Loot. Den trinke ich. Ja, doch, den trinke ich. Das kann ich gleich essen von Pilzen. Ja, der eine Lande tildet. Alles klar. Ja, moin. Der Patrick ist da. Ja. Boah, Gott. Bitte. Komm, eine Runde muss doch jetzt mal laufen. Ist euch mal aufgefallen, die letzte Runde? Ich war volles Schild und hab's trotzdem verkackt. Ja, das ist halt wieder typisch Vena. So, ich würde jetzt gar nicht lange hierbleiben. Ich würde einfach direkt los. Hast du mit Wett-Scan? Nee. Ah, schau. Nee. Echt? Ja? Nee. Du blau Mütze, Alter. Ja, PS4-Scan. Montemma. Hallöchen, Puppechen. Und willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder. Eure Dagi-Bee. Hallo, meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Bibi. Ich bin schwanger. Ja. Are you fucking kidding me? Ich glaube, wir wissen die liebe Puppe, die ist so geil. Ja. Ja. Nachher sind die Kommentare hier so unterm Video so. Was tisch du, Bibi? Sie hat dir nichts getan. Mann. Ja. Oh, schon wieder so eine. Hm. Das ist doch ein Zeichen. Dann sollte ich sie benutzen. Dit, 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 dit. Guck mal, wenn ich jetzt gegen Gegner ankomme, die mich dann wieder töten, versorge ich die mal wieder mit Full-Shills. Zwei Stück. Luffy. Ich hab wieder keinen Sprach-Chat. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist eigentlich das Thermal-Gewehr? Ey, ich steh auf Thermal, ja. Jetzt mal ohne Witz. Gegner. Hallo. Oh. Alles klar. Oh, Glummi. Nein, mach das nicht. Mach nicht diese. Warum? Leute, habt ihr das gesehen? Der erste Schuss ging auf den Kopf. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Der erste Schuss ging bei ihr auf den Kopf und es war null Hits. Fortnite, wisst ihr was? Ich geh jetzt Willem Royale spielen, denn die machen's richtig, ja? Verpisst euch mit eurem verfickten Game.